Hallo Leute, ja eigentlich würde heute, ja heute Abend, mein erster Song rauskommen, aber dadurch, dass die Bahnen nicht fahren, also doch schon die Bahnen fahren, aber dessen nach Knielinien ein bisschen kompliziert ist, da halt hinzufahren mit dem Bus und meine Mutter nicht an der halben Weltreise machen würden, etc., sonst irgendwas, ist es leider nicht möglich, heute den Song aufzunehmen und es kotzt mich echt total an, ich habe mich so gefreut, ich habe geplant, ich habe Werbung gemacht für euch, etc., ja sonst irgendwas halt, ne, ja es heißt jetzt halt abwarten, was Jochen sagt, vielleicht klappt es ja morgen, dass ich irgendwie dann halt ins Jubez kann, statt zu Jochen, und ja, wartet einfach ab, ich hoffe, ihr könnt den Song bald sehen, ich natürlich auch, ich bin da mega gespannt drauf und ja, tut mir sehr leid, aber wir müssen jetzt das Beste halt draus machen. Ciao!